Ja, können wir gleich noch mal machen. Gleich noch mal. Jetzt ist mal Gary Sohn. Herrschaften, wir probieren hier. Da habe ich auch mal eine MP5 wieder. Obwohl. Ja, doch. Und danach kommen wir noch mal Team Deathmatch. Team Deathmatch. Jetzt kommen wieder die ganze Klonen wieder aus dem Schrauber. Oh ja, das sind sie wieder. Wir sind ja alle gleich aus. Eingriff der Klonkrieger, weil wir alle uns nicht die Mühe gemacht haben, unseren Avatar zu wechseln. Hier heißt es auch wieder B einnehmen. B ist dann nicht so, das ist gut auf der Welt. Oh, von der Seite. Oh. So, B ist eingenommen. Jetzt müssen wir noch halten. Ja, geil. Oh ja. Oh, Gott. Na ja, ist einer, zwei, 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 zwei. Werfe Granate. Äh. Eich. Oh, er konnte so schnell nicht wechseln. Oh, der ist da drin. B wird auch eingenommen. Scheiße, schon wieder. Der Feind hat B. Ja, erwischt. Die ist erledigt. Werfe Bedrohungsgarate. Ich denke mal, ich sitze einer. B, 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 B. Ja, ich sitze auf B, aber ich glaube nicht mehr lang hier. B gesichert. Okay. So, komm von rechts, äh, oben an der, an der, an der, an der, an der, an der, an der Seite lang. Ich muss jetzt einfach mal was sagen. Von hinten, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte. Ja, komm, wieso kannst du durchschießen? Das ist doch eine Palette. Eine gute Euro-Palette. Das kommt's nicht. Nee, nicht. Wah! Die gute Euro. Oh, A, wird schon wieder eingenommen. Ach, nicht. B, meinst du? Wo sind Alpha schon wieder? A? Ja, ist, äh, schon gelöst. Okay. B wird wieder eingenommen. Als B, als B, als B. Lass mal kurz mal ein Ding zu nehmen. Oh, da kommt wieder einer von außen. Das kam auch von Wunders. B schon wieder? Nee. Feindliches Spionage-Flugzeug über euch. Die ist top. B, 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 B. Ja, geil. Wow! Okay, okay, okay. Kann man passieren. Losing A schon wieder. Nicht mein schönes Geschütz. Der hat rechte Seite. Sehr, 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 übergelegt. Und hier muss ich... Langstreichen geben, plantieren. Da war die wohl nicht alle. Das war die linke Seite übrigens. Wo kommt's? Da, wo alle sind, bei B. Ahne Ecke, Ahne Ecke. Wir verlieren B. Wer für Betäubungskarte? Alpha wird gesichert. Euer T-T-System wurde zerstört. Alpha ist abgesichert. Wer für Betäubungskarte? Fakt, wie ist er denn noch? Fakt, wie ist er denn noch? Bravo wird gesichert. Feindliches Spionage-Flugzeug im Anflug. Ausgelächt. Feindliches Spionage-Abwehr-Flugzeug ist in der Luft. Nächste Klasse muss ich auf jeden Fall Anti-Tank nehmen. Anti-Tank? Ja, um die ganzen Swipe-Lanes auslos zu werden und der ganze Krimpel. Bedrohung neutralisiert. Okay. Ziel wird gesichert. Ziel beseitigt. Wir verlieben Reifbereit für den Einsatz. Na, na, ich bin ein Change. Oh, ich hab gepennt. Der Eintag B-System wurde zerstört. Komm, Juni, um die Kopfschmerzen. Mein Geschicht wurde zerstört. Der Eintag B-System wurde zerstört. Ich bin hier alle rum. Wo ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was haben wir mit Richtung C. Da hängen die alle rum. Halt mit Granate! Ich weiß nicht. Alter. Erfolg freigestellt. Anforderung. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Bin ich, oder? Bin ich? Ja, ist ich. Ne, da meine ich, da rennen die mal oben an. Und unten runter auch. Ist das deine MP5? Ja. Wie sieht die interessant aus. Jo, ich bin gut. Ich bin gut durch die. Luftfilter, Abreißen, Löcher in Auspuff. Ungefähr. Ich hab da einfach das wirkliche eingesetzt, was da war. B, 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 das C ist in Ruhe. Wo, 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 wo? Ich hab keine Ahnung von wo geschossen wird. Aaaaaaah. Der Bude ist da rausgesprungen. Wir verlieren B. Der Kude von der Schule, Pakalus, was? Wo hat das, äh, okay, wo hat man ja safe da? Und noch nicht. Da kann man safe kommen. Wir erobern auf. Feind hat Bravo eingenommen. Bravo ist nicht gut. Niem, Niem. Mh, Niem. Ja, um 1 B! If mir dieses Ziel ist, oh ihr einst. GmbH mit mir auf und folgen. Wenn du ruhig in die Scheiße, kannst du nicht auf. Ja. Na, wenn du sie wegschrauben kannst. Niemann auf. Wie die jetzt kommt. Was den Pädenducken? Ja. Ja. Nein! Oh ne! Oh! Alter! Ja an und ein! Ja geil! Oh! Wow! Wieso was? Napalm Leute! Napalm! Ich schmeiße euch Napalm ins Gesicht! Wo seid ihr Leute? Da seid ihr alle! Napalm Angriff starten! B ist contestant! Wir sehen! Och ne! Charlie? B, B, B? Nein! Wow! Wowie! Wow wow! Sieht doch ganz gut aus hier jetzt! Ganz gut aus hier! Ah! Oh! Oh! Uah! Hä? Der ist jetzt wovon dann rum! Warum hab ich dir jetzt was? Äh! Wir verlieren Bravo! Wo kam der denn her? Der hat sich versteckt! Weitige Spionageflugzeug im Anflug! Bedrohung läuft hier! Wir haben ihn installiert! Wir haben Bravo verloren! Ah! Nein! Ich mach hier alles kaputt! Gott! Wir haben jetzt gerade die Kiste oben aufs Dach geschmissen! Hä? Oh! Oh! Schon gekämpft hat er an der Ecke! Der Feind hat Eifer! Feind erledigt! Komm! Flugschrauber im Anflug! Wer ist denn bedrohend? Oh! Shit! Komm Leute! Be, 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 be! Feindliche Vorräte unterwegs! Ja geil! Aber wo wird geschlossen? Was? Feindliche Spionageflugzeuge gemacht! Oben in der Bude! In dem... Ausmaßgebug! Ja stimmt! Wir haben geblendet! Wir haben geblendet! Schmoisch! 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 Der Sieg gehört bald uns! Nicht nachlassen und immer nach Plan! Oh Gott! Da ist noch einer! Nein! Keine Ammonie! Wir haben geblendet! 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 gut dass er da saß alter da gab man die Pumpe oh ist da ja auch hab ich freigeschaltet ok wie sieht man die Statistik aus so sieht es aus 48 Kills 13 Tore der ist gar nicht schlecht wie sieht es bei euch aus? nicht so gut bei mir glaube ich nicht alles gut warte mal so reingehaut tschüss tschüss